Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dividenden TV, dein Kanal für den langfristigen Vermögensaufbau. Mein Name ist David Lack und es freut mich euch heute zu einem neuen Video begrüßen zu dürfen. Und zwar geht es heute um die besten Technologieaktien mit Dividende. Ja, Technologie und Dividende muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Ich habe 10 Aktien für euch vorbereitet, bei denen es zumindest eine Dividende gibt. Die Hochdividendenwerte sind es eher selten, aber gerade für Dividendeninvestoren stellt sich ja häufig die Frage, in welche Technologiewerte sie investieren sollen. Ja, ich werde euch eben das Musterportfolio mit den 10 Aktien vorstellen und davor dann noch kurz erklären, was verstehe ich überhaupt unter den besten Aktien. Ich denke, ihr wisst schon, da hat es immer mit gewissen Qualitätskriterien zu tun. Bevor es aber nun so richtig losgeht, noch ganz kurz der Disclaimer. Auf meinem YouTube-Kanal findet wie immer weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf statt. Beginnen wir gleich mit den Qualitätskriterien. Das sind einfach jene Kriterien, die erfüllt werden müssen von den Unternehmen, um überhaupt in diesem Video mit dabei sein zu können. Und der erste Punkt, gleich Stabilität, Gewinn und Dividende. Natürlich, wenn der Gewinn nicht langfristig steigt, kann auch die Dividende langfristig nicht steigen. Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt, keine Dividendensenkung seit 10 Jahren. Also es muss mal überhaupt seit 10 Jahren Dividende geben und diese dürfte nicht gesenkt worden sein. Als nächster ist der Punkt Marktkapitalisierung. Ich möchte keine ganz kleinen Unternehmen drin haben. Zumindest eine Milliarde Euro Marktkapitalisierung sollte es schon sein. Kursgewinn auf die letzten 5 und auf die letzten 10 Jahre zumindest über 0%, also kein Kursverlust. Und natürlich auch das Thema Verschuldung ist drinnen, also keine zu hohe Verschuldung. Denn ansonsten birgt das Ganze natürlich auch überproportionale Risiken und die brauchen wir ja nicht bei unseren Qualitätsaktien. Ja und nun geht es auch los mit den 10 Aktien. Und ich starte gleich mit dem ersten Unternehmen, das sicherlich einige von euch kennen werden. Es handelt sich nämlich um Accenture. Accenture ist zum Beispiel im Bereich strategische Beratung für Unternehmen oder Geschäftsmodelltransformation in eine digitale Strategie tätig. Also sehr, sehr viel in diesem Bereich. Und wir sehen auch hier, dass das Geschäft sehr, sehr gut funktioniert. Niedert in grün ist hier wieder der Gewinn eingezeichnet in der Grafik vom Aktienfinder. Im Blau hier wieder die Dividendenbalken, die einfach Jahr für Jahr schön gesteigert werden. Und ich denke, Accenture ist gerade jetzt mal einen Blick wert, denn der Aktienkurs ist deutlich zurückgekommen. Aktuell gibt es eine Dividendenrendite von immerhin 1,76%. Also eigentlich schon ganz ordentlich für ein Technologieunternehmen. Auf die letzten 5 Jahre wuchs die Dividende jährlich um 12,64%. Auf die letzten 10 Jahre 10,94%. Also sehr, sehr kräftiges Dividendenwachstum in der Branche. IT-Beratung eben tätig und ein KGV von 25,7%. Finde ich aktuell eigentlich ganz in Ordnung. Die Aktie, wie gesagt, ist deutlich zurückgekommen. Als nächstes kommen wir zu einem Unternehmen, das ich euch nicht vorstellen brauche. Um eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, nämlich um Apple. Ja, zuletzt wieder etwas Fantasie in die Aktie gekommen, denn auch Apple spielt mit beim Thema künstliche Intelligenz. Die neue Apple Intelligent wurde vorgestellt und es werden auch Funktionen gemeinsam mit JetGPT angeboten. Und somit natürlich wieder Fantasie dabei bei der Apple-Aktie und natürlich das Geschäft, das man kennt, das läuft sowieso. Natürlich auch immer eine ambitionierte Bewertung, die sehen wir uns gleich mal an. KGV 33 für ein Hardware-Unternehmen schon sehr, sehr ordentlich. Dividendenrendite 0,46% aktuell. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre 5,88%. Auf die letzten 10 Jahre 8,41%. Ja, ich würde sagen, auf dem aktuellen Niveau nicht unbedingt jetzt notwendig, dass man sofort hier nachkauft. Man verpasst hier, glaube ich, nicht den ganz großen Kursanstieg. Für mich, ich bin schon viele Jahre mit dabei. Ich bleibe einfach investiert. Ich fühle mich weiterhin mit der Position wohl und somit für mich eine klare Halteposition. Ja, als nächstes kommen wir zu einem deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen, nämlich Bechtle, die im Besonderen im Bereich IT-Systemhaus, Managed Services und E-Commerce tätig sind. Und ja, hier sehen wir auch wieder, dass das Geschäft sehr, sehr gut funktioniert. Die Gewinne werden kräftig gesteigert Jahr für Jahr, genauso auch die Dividenden. Auch eine Aktie, die ich selbst im Portfolio habe. Und ja, wie sieht es jetzt mit der Dividende aus? 1,57% Dividendenrendite aktuell, aber dafür sehr, sehr kräftiges Wachstum. 19,35% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre. 15,81% auf die letzten 10 Jahre. Und ein KGV von 21,1%. Also aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Kommen wir als nächstes zu Broadcom, eine Aktie, die auch irrsinnig gut gelaufen ist in der letzten Zeit. Ich habe Broadcom ja schon das eine oder andere Mal vorgestellt. Leider selber noch nicht investiert. Die sind im Bereich der Halbleiterlösungen tätig. Und wir sehen es hier auch in der Gewinnentwicklung. Da geht es einmal hoch, einmal runter. Sehr zyklisches Geschäft, aber aktuell sieht es eben so aus, als kennt der Aktienkurs nur eine Richtung. Und zusätzlich gibt es aber auch noch ein bisschen Dividende. 1,17% um genau zu sein. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre 15,68%. Auf die letzten 10 Jahre 36,17%. Ja aktuell ein 62er KGV, für mich weniger interessant. Aber ich habe die Aktie auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Und vielleicht kommt ja nochmal der Zeitpunkt, wo ich da einsteigen kann. Ja als nächstes kommen wir zu einem Unternehmen, das ich auch schon das eine oder andere Mal auf meinem Kanal vorgestellt habe. Das britische Unternehmen Halma. Ja Halma ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig. Zum Beispiel im Bereich Process Safety, Infrastructure Safety, Medical und Environmental. Also auch breit diversifiziert. Und wir sehen auch hier eine Gewinnentwicklung, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Vor allem bis ins Jahr 2022. Dann ging es etwas nach unten. Soll aber langfristig auf jeden Fall wieder steigen. Die Dividenden steigen ebenso. 0,78% aktuelle Dividendenrendite. Dividendenwachstum sowohl auf die letzten 5 Jahre als auch auf die letzten 10 Jahre. So im Bereich von 6-7% elektrische Geräte werden hier unter anderem eben hergestellt. Und das KGV aktuell bei 38,7%. Als nächstes kommen wir zu TSMC. Auch ein riesiges Unternehmen, wie der Name schon sagt, aus Taiwan. Die eben auch im Halbleiterbereich, in der Auftragsfertigung tätig sind. Und auch hier natürlich ein sehr, sehr spannendes Geschäft. Vor allem bis ins Jahr 2022 sehen wir hier sehr, sehr kräftige Gewinnanstiege. Dann ging es auch hier etwas nach unten. Langfristig soll der Gewinn auf jeden Fall wieder steigen. Und es gibt sogar Dividende für die Aktionäre. 1,41% um genau zu sein. Aktuelle Dividendenrendite. 9,03% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre. Und 17,17% auf die letzten 10 Jahre. Eben im Bereich Halbleiter tätig. Und aktuell mit einem KGV von 27,8 bewertet. Ja, als nächstes kommen wir quasi zu einem Old Economy Unternehmen, was Technologie betrifft. Es handelt sich um HP. Ja, ihr kennt alle die Geräte, Laptops, Computer, Drucker und so weiter, die da hergestellt werden. Und ja, das Unternehmen ist bekannt für die ordentliche Dividende. Und langfristig sieht auch die Gewinnentwicklung gar nicht so schlecht aus. Eher seitwärts mit einmal hoch, einmal runter. Dividende wird gesteigert. Aktuell gibt es 3% knapp Dividendenrendite. Bei einem kräftigen Dividendenwachstum von 12,54% auf die letzten 5 Jahre. Und 14,14% auf die letzten 10 Jahre. Im Hardwarebereich tätig. Und mit einem KGV von 12,3 bewertet. Als nächstes kommen wir zum US-Unternehmen Intuit. Intuit, das vor allem für die Finanzsoftware bekannt ist. Auch hier sehen wir eine spektakuläre Gewinnentwicklung. Vor allem, wenn wir hier den Prognosen glauben können, soll es in der Zukunft noch stärker nach oben gehen. Außerdem seit 2012 gibt es Dividende und die wird jährlich erhöht. Aktuell sind wir aber erst bei 0,59% Dividendenrendite. Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre 13,83%. Auf die letzten 10 Jahre 16,88%. Im Bereich Software eben tätig. Und ein KGV aktuell von 54,7%. Also auch hier eine sehr, sehr ambitionierte Bewertung. Als nächstes kommen wir zum Unternehmen Microsoft. Brauche ich euch, denke ich, nicht näher vorstellen. Ist ja schon häufig auf meinem Kanal Thema gewesen. Ihr seht es hier. Eine sehr, sehr spektakuläre Gewinnentwicklung. Es soll auch in Zukunft immer noch so weitergehen. Man kann es sich kaum vorstellen, dass das Wachstum da immer weitergeht. Aber Microsoft hat schon über so viele Jahre und Jahrzehnte gezeigt, dass es funktioniert. Und deswegen wird es vermutlich auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Ja, Dividende gibt es auch bei Microsoft. Allerdings nur 0,66% aktuell. Dividendenwachstum knapp im zweistelligen Bereich, sowohl auf die letzten 5 als auch auf die letzten 10 Jahre. Microsoft ist auch überwiegend eben im Softwaregeschäft tätig und aktuell mit einem KGV von 38,3% bewertet. Ist ja auch kräftig gestiegen in letzter Zeit die Microsoft-Aktie. Und ja, neben Apple bei mir auch eine der größten Positionen im Portfolio. Ja, und nun kommen wir auch schon zum letzten Unternehmen. Und zwar handelt es sich um das Softwareunternehmen Oracle. Ja, ich würde das Unternehmen als Konkurrenz zu SAP bezeichnen. Aber ich finde auch die amerikanische Alternative eigentlich recht spannend. Kommt natürlich auch immer auf die aktuelle Bewertung an. Ja, da sehen wir auch, dass seit dem Jahr 2021 der Gewinn deutlich zurückgekommen ist. Langfristig soll es aber wieder nach oben gehen und die Dividenden, die werden auch Jahr für Jahr erhöht. Aktuell gibt es 1,15% Dividendenrendite, 14,57% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre, 12,78% auf die letzten 10 Jahre. Im Softwarebereich tätig mit einem KGV, aktuell von 37,6% auch kein Schnäppchen. Aber naja, Qualität hat eben auch immer seinen Preis. Und jetzt sehen wir uns an, wie das Musterportfolio insgesamt abgeschnitten hat. Und da sehen wir 1,25% Dividendenrendite im Durchschnitt. Ja, natürlich für die Freunde der hohen Dividende ist im Technologiebereich nicht so viel mit dabei. Aber es geht ja immerhin um die Gesamtrendite aus Kursgewinn plus Dividende. Und da kann sich das Ganze schon sehen lassen. 12,1% auf die letzten 5 Jahre das Dividendenwachstum und auf die letzten 10 Jahre waren es sogar knapp 15%. Ja, das war es jetzt auch mit meinem Musterportfolio für Technologieaktien mit Dividende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und macht's gut.